Deswegen gehen wir jetzt über zur Ulti. Das Video geht nur 7 Minuten, meine Länge. Wieder zwischen den Beinen. Wieso Smash Bros. Melee so relevant bleibt? Aber das ist übrigens wirklich so, ne? Ich habe das Gefühl, es gibt so ein paar Spiele, die niemals ihre Relevanz verlieren. Und das sind so drei Games. Das sind einmal League of Legends, dann Minecraft und dann Super Smash Bros. Melee. Diese drei Games verlieren niemals ihre Relevanz. Der meistgeschauteste... Ja, Mario 64 zähle ich auch irgendwo dazu. Bei den Games geht, findet man stets ein Spiel auf Platz 1, nämlich Super Smash Bros. Melee. Alle anderen Spiele aus der Top 10 sind im Jahre 2014 oder später rausgekommen, aber Melee... Das finde ich halt krass, ne? Melee immer noch auf der 1. Ein Spiel aus dem Jahre 2001 schafft es trotzdem relevanter zu bleiben. Was ich auch übertrieben heftig finde, ist die Tatsache. Das kam für die Gamecube raus und die Gamecube hat sich nicht mal gut verkauft. Aber dieses Spiel hier ist so stark, weil es eine unfassbar starke Community hat. Ich meine, ich habe die Existenz von Smash 4 jetzt schon vollkommen verdrängt, aber Melee ist immer so das große Spiel der Smash Bros. Reihe gewesen. Warum sollte man heutzutage noch Smash 4 spielen? Also Ultimate ist einfach das bessere Smash 4. Brawl kann ich verstehen wegen Nostalgie. Melee kann ich auch verstehen, weil es eine ganz eigene Engine hat. Und da kannst du unter anderem Wave dashen, da kannst du unter anderem Short Hop Blaster benutzen. Aber Smash 4, warum sollte man das noch spielen? Ich würde sagen, wir werfen da nochmal einen Blick drauf. Wo das allererste Smash Bros. für Nintendo 64 im Jahre 1999 rausgekommen ist, wurde zwei Jahre später direkt der Nachfolger für den Gamecube rausgeballert. Zwei Jahre ist echt keine lange Zeit dafür, wie viel in diesem Spiel neu dazugekommen ist. Vom Content her, aber auch rein vom Gameplay. Allein das Charakter-Roster hat sich stark vergrößert. Es gibt die Diskussion, heißt es Melee, also mit I ausgesprochen, oder Melee? Und das können wir ganz leicht rausfinden, weil viele sagen Melee. So, Melee, Intro. Das finden wir jetzt raus, liebe Freunde. Denn am Ende des Intros hört ihr das hier. Super Smash Bros. Melee! Das heißt Melee. Die Sache ist, das war wichtig, weil es gibt extrem viele Leute, extrem viele Leute, die sich über andere Leute lustig machen, weil sie Melee sagen. Das heißt Melee, nicht Melee. Nicht Melee und auch nicht Melee. Das heißt Melee. So feiern für die Serie legendäre Charaktere wie Mr. Game & Watch oder Marth hier ihren ersten Auftritt. Wenn man sich das Roster anguckt, muss man aber auch bedenken, dass das Spiel, wie gesagt, in nur zwei Jahren rauskommen musste und hier dementsprechend nicht die heftigste Variation an Movesets erschaffen werden konnte. Genauer genommen sind viele Kämpfer hier einfach Klone von anderen. Manche ergeben Sinn und sind wirklich coole Kämpfer wie Marth und Roy, Pikachu und Pichu oder Fox und Falco. Sowas wie Dr. Mario finde ich persönlich dann aber doch sehr random. Aber naja, dem einen Doktor... Gut, aber dazu muss man sagen, der Spiel wurde halt in einem Jahr entwickelt oder so. Also es kam zwar zwei Jahre später raus, aber soweit ich weiß, wurde es wirklich irgendwie in einem Jahr oder unter einem Jahr entwickelt. Weil die kamen zu Sakao und haben gesagt, ey, mach ganz schnell einen neuen Teil und du hast acht Monate oder ich weiß nicht mehr genau wie viel Zeit. Aber es war ganz, 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 ganz wenig. Ich habe es wirklich sehr glücklich gemacht, ihn hier zu sehen. Ein Kritikpunkt meinerseits am N64-Spiel war ja, dass es hier im Einzelspieler nicht so viel zu tun gab und oh Junge, das wurde in Melee auf jeden Fall gefixt. Alles in diesem Spiel zusammen dauert hier im Durchschnitt 157 Stunden, weil das Spiel vollgestopft mit Sachen ist, die man freischalten kann. Zum Beispiel muss man für Mr. Game & Watch 1000 Versus-Matches spielen oder den Classic-Mode mit jedem Charakter schaffen. Immerhin kehrt der Classic-Mode hier zurück, indem man nach... Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich jeden Charakter hatte, aber dass man so viel für Game & Watch tun muss, da habe ich gar nicht mehr in Erinnerung. Crazy. Nach Kämpfe bestreiten muss, aber neu sind hier der Adventure-Mode und der All-Star-Mode. Der All-Star-Mode ist relativ simpel. Man muss jeden Kämpfer aus dem Game besiegen und darf sich zwischen den Fights nur insgesamt dreimal heilen. Der Adventure-Mode macht hier etwas, was es zuvor noch nie in einem Smash Bros-Teil... Das stimmt. Ja, zuvor noch nie. Es gab nur einen zuvor. Ja, aber der Adventure-Mode war richtig cool. Der hat richtig Bock gemacht. Man muss zwischen den Fights immer so kleine Platforming-Passagen schaffen, die vom Design her an den verschiedenen Spielereien, die hier in dem Game vertreten sind, angelehnt sind. Es ist natürlich nicht so heftig wie der Super-Raum aus Brawl später, aber ey, ich appreciate, dass es jetzt ein bisschen mehr Gameplay-Variationen gibt. Abgesehen davon gibt es noch so viel... Ey Freunde, ich habe euch das schon erzählt, aber... Super Smash Bros Melee ist der Grund, warum ich einen Game-Controller besitze. Der Biss-Spuren hat. Ich habe mal so hart in einen Game-Controller gebissen, dass man bis heute diese Biss-Spuren sieht. Es gab sogenannte Events bei dem Spiel und ich weiß nicht mehr genau, welches Event das war, aber die Zeit war insgesamt schneller. Du hattest nur 20 Sekunden bis 30, musstest über die Map laufen, ne? Das war die F-Zero-Map. Und hinten kamen immer Autos, haben dich weggebumst. Und irgendwie hatte ich so viele Probleme mit dem Event, dass ich, keine Ahnung, 80 bis 100 Tries gebraucht habe, bis ich das dann endlich geschafft habe. Ich schwöre, das hat mich so abgefuckt. Ich habe das damals mit 14 gespielt, ja, mit 14. Und ich war so wütend, ich habe diesen Controller mehrmals gegen die Wand geworfen, er funktioniert noch. Und irgendwann habe ich diesen Controller genommen und so richtig reinbissen so. Und du siehst einfach diese Biss-Spuren. Also, ich weiß nicht genau, wo der Controller liegt, wahrscheinlich irgendwo im Wohnzimmer. Ich habe gerade keinen Bock aufzustehen. Vielleicht zeige ich euch das dann irgendwann. Hat er geschmeckt? Ja, es war ziemlich geil. Hat so ein bisschen nach Peperoni geschmeckt. Anderen Shit wie der Homerun-Contest, Multiman-Melee, Special-Melee, Turniere und die Target-Level, die an jeden Charakter und deren Movesets angepasst sind. Aber, das, wo Melee wirklich glänzt, ist der Multiplayer, beziehungsweise einfach das reine Kämpfen. Das Moveset in dem Spiel ist nämlich das, was viele aktive Spieler als einzigartig bezeichnen würden. Und es gibt super viele neue Sachen im Vergleich. Was ich halt witzig finde, und ich bin mir nicht sicher, ich habe das Gefühl, Nintendo versteht das bis heute nicht. Nintendo kann bis heute nicht sagen, warum Melee so erfolgreich ist und warum Melee so eine starke Community-Base hat. Dieses Spiel ist so erfolgreich bis heute, weil man dort Dinge tun kann, die Nintendo nicht vorgesehen hat. Weil Wave-Dash ist ja eigentlich ein Bug. Also, es gibt da noch andere Bugs. Und im Großen und Ganzen kannst du auf einem sehr hohen Competitive-Niveau spielen. Zum Vorgänger. Ganz bekannt ist hier das Wave-Dashen, bei dem von einer neuen Mechanik Gebrauch gemacht wurde, in der Luft in eine bestimmte Richtung dodgen zu können. Wenn man dieses Dodgen nämlich ganz schnell über den Boden macht, kann man die Geschwindigkeit dazu benutzen, um über den Boden zu gleiten. Ein weiteres Beispiel... Und das Interessante ist, Luigi hat einen ganz besonderen Wave-Dash. Der bewegt sich mit Wave-Dash schneller, als wenn er läuft. Super interessant. ...wäre der Shuffle, was kurz für Short-Hop fast voll L-Cancel ist und ausschließlich in Melee existiert. Mit diesem Trick kann man die Landungs-Animation canceln, um so ein bisschen Zeit zu sparen. Darüber hinaus gibt es noch den Jump-Cancelled-Grab, bei dem man nach vorne dashen, den Sprungknopf drücken muss und kurz bevor... Jo, richtiges Competitive-Tutorial-Video hier. Sprung-Animation losgeht, anfangen muss zu graben, und Grab-Animation nicht mehr so lange ist. Ihr seht, es gibt viele, viele sehr spezielle Moves, die man lernen kann, um das Spiel noch schneller zu machen, als es so schon ist. Und das waren nur ein paar Beispiele. Es gibt eine ganze Liste von Techniken. Viele dieser Moves wurden direkt nach Smash Bros. Melee wieder aus dem Moveset entfernt, weil es eben nicht die Weise ist, in der man das Spiel laut Nintendo spielen soll. Nintendo ist allgemein bekannt... Nintendo war generell so ein bisschen dagegen, dass es Leute gab, die das Spiel auf die Art und Weise gespielt haben. Und das ist inzwischen nicht mehr so schlimm, aber damals war Nintendo auch gegen Turniere und so. Ich... Keine Ahnung. Nintendos allgemein bekannt dafür, Entscheidungen zu fällen, die sich aktiv gegen die Pro-Szene richten. Ist wirklich so. Ich schwöre... Also, ich kann nicht über das heutige Nintendo reden, aber damals hat Nintendo die Pro-Szene gehasst gefühlt. Die waren komplett gegen Turniere. Ja, denen war es super wichtig, dass man Smash auf einer Casual-Base spielt. Und die haben das so weit getrieben, dass sie bei Super Smash Bros. Brawl, was dann für die Wii rauskam, einfach Stolpern eingeführt haben. Die haben Stolpern eingeführt, um das Ganze so ein bisschen aufzuhalten, dass Leute gut sind. Es ist so bescheuert. Unter anderem wurde Ende 2020 das große Smash Bros. Melee-Turnier The Big House von Nintendo gecancelt. Für sie ist Smash Bros. eher ein Casual-Game für die ganze Familie und so wurden nach Melee viele sehr spezifische Moves entfernt und alles wieder langsamer gemacht. Tatsächlich... Das Game wurde einfach extra deswegen langsamer gemacht. Ist aber genau das der Grund, warum Melee so besonders für viele Fans ist. Das hat Nintendo absolut nicht gecheckt. Man muss reingrinden und das Movement mit den zahlreichen Möglichkeiten für sich entdecken und es wirklich auf Pro-Level spielen kann. Das hat aber auch dazu geführt, dass die Schere zwischen Pro und Casual wirklich sehr groß in dem Game ist. Wenn man neu in dem Spiel ist, kann es einem so vorkommen, als sei das Game von der Steuerung her sehr seltsam, weil man diese eben noch nicht beherrscht. Ein Beispiel für eine anfangs ungewohnte Sache ist der sogenannte Buffer an Melee. Normalerweise ist es in Smash Bros. so, dass wenn man in die Luft springt und in eine Richtung schlägt, man sogenannte Aerials ausführten. Das ist auch in Melee so. Hier ist es aber so, dass man die Knöpfe ein wenig versetzt drücken muss, weil es in Melee keinen Buffer für die Inputs gibt. Im Klartext bedeutet das, dass man nicht mehrere Aktionen gleichzeitig ausführen kann, ohne dass eine davon... Genau, also im Grunde muss man da, ja, so ein bisschen im Voraus Sachen drücken, damit coole Sachen geschehen. Schluckt wird man deshalb erst springen und danach schlagen muss, um ein Aerial auszuführen. Das führt dazu, dass man seine Knopfdrücke wirklich teilen muss, was neueren Spielen halt so vorkommen kann, als würde das Spiel nicht das machen, was man eigentlich will, eben weil man den Knopf vermutlich ein wenig zu früh gedrückt hat. Ein weiteres Problem könnte man mit den sogenannten Dashbacks haben. So nennt man den Zustand eines Characters, der in eine Richtung guckt und sich dann sofort umdreht und in die andere Richtung mit voller Geschwindigkeit sprintet. Das macht man, um die Umdrehanimation zu skippen, aber ist hier auch wieder relativ tricky. Es gibt auf dem Gamecube Analog Stick drei Bereiche. Die neutrale Position, dann die, in dem der Charakter so ein bisschen geht und dann die, in dem er wirklich sprintet. Man muss mit seinem Stick vom Stehen in das Sprinten in nur einem Frame kommen, um ein Dashback auszuführen. Ein Frame. Das ist tatsächlich gar nicht mal so viel Zeit. Diese Dashbacks sind aber leider fucking wichtig, weil Pro-Player diese Umdrehanimation sofort ausnutzen werden, weil der Key in dem Game allgemein die Geschwindigkeit ist, die man aufbringen kann. Umso schlimmer ist es, dass manche Gamecube-Controller diesen einen Frame besser verarbeiten können als andere und ist deshalb unter Umständen sogar... Bei Smash 1, also bei der N64-Version, war das halt richtig schlimm mit, ich habe jetzt den Begriff dafür vergessen, Hitstun war das. Und also der Hitstun bei Smash 1 für die N64 war tausendmal länger als bei den anderen Teilen und das konnte man so krass ausnutzen, wirklich. Und dadurch bist du in richtige Combo-File getappt. Und aus dieser Combo-File kamst du auch nicht mehr raus. Ja, die Up-Tilt-Chains. Die Up-Tilt-Chains, also es ist wirklich so. Wenn du Kirby nimmst, geh zu einem Gegner, mach einen Up-Tilt und spammt damit, ich schwöre euch, der Gegner kommt da raus nicht. Der kommt da nicht raus. Der kommt da einfach nicht, der ist einfach paralysiert. Gut, man Techniken wie Dashbacks ausführen kann. Was ich sagen will, dieses Spiel ist so viel tiefer als einfach nur dieses eine Fighting-Game für den Gamecube. Und genau das ist es, was viele daran lieben. Falls euch der kompetitive Bereich dieses Spiels nicht interessiert und ihr einfach nur Spaß mit euren Freunden haben wollt, dann seid ihr eventuell bei anderen Teilen der Reihe besser dran. Wenn man diese ganzen Aspekte von Melee entfernt, bleibt nämlich nicht mehr viel, außer ein Anfänger-unfreundliches... Es ist auf jeden Fall Anfänger-unfreundlicher als andere Teile, das stimmt. Aber ich glaube, das, was Smash Melee einfach so ausmacht, ist die Tatsache, dass man da wirklich... Also um gut zu sein, musst du richtig reinhasteln. Du musst super viele Mechaniken lernen. Du musst Wave-Dash beherrschen. Du musst diese ganzen Cancel beherrschen. Du musst... Klar, das musst du bei anderen Teilen auch, aber nicht so exzessiv wie bei diesem Teil. Also wenn du hier auf einem hohen Level spielen willst, musst du wirklich... Wirklich reingrinden. Wirklich reingrinden. Ein viel zu schnelles Fighting-Game. Erst wenn man sich auf diese einzigartigen Sachen eingelassen hat, entfaltet das Spiel sein volles Potenzial. Persönliches Beispiel von mir wäre hier Mario 64. Ein Spiel, zu dem ich 2018 noch das gesagt habe. Na, wir haben hier übrigens den Punkt erreicht, an dem 50% der Leute ein Dislike auf dieses Video geben werden, aber ich bin tatsächlich kein Fan von Super Mario 64. Die meisten mögen dieses Spiel wahrscheinlich einfach der Nostalgie wegen. Da ich aber ein 2000er Kind bin und keinen Kontakt mit Mario 64 in meiner Kindheit hatte, greift die Nostalgie bei mir nicht. Diese Meinung hat sich zum heutigen Zeitpunkt um 180 Grad gedreht. Das finde ich halt so krass, ne? Das sagte er damals und jetzt speedrunnt er dieses Game. ...weil ich angefangen habe, dieses Spiel zu speedrunnen. Das Movement von Mario zum Erlangen der einzelnen Sterne zu erlernen und dabei immer besser zu werden, ist einfach eine unfassbar spaßige Sache. Dadurch, dass ich das Spiel nicht mehr auf Casual-Ebene spiele, sondern auf Pro-Level bzw. es versuche, habe ich eine komplett andere Seite des Spiels kennengelernt und habe angefangen, es zu lieben. Genauso verhält es sich wohl auch bei Smash Bros. Melee, nur dass hier der Sprung von Casual zu Pro nochmal viel, viel größer ist als bei anderen Games, weil es einfach so vieles gibt, worauf man zu achten hat. Genau das ist es aber, was das Spiel so spaßig zu erlernen macht und wohl auch der Grund, warum die Competitive-Szene dieses Spiels wohl nie aussterben wird. Definitiv. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die Competitive-Szene von Super Smash Bros. Melee einfach in 10 Jahren immer noch relevant ist. Du wirst es unglaublich, wie lange das schon geht, ne? Das Spiel ist 20 Jahre alt. Haltet euch das vor Augen. 20 Jahre. 20. Viele von euch haben da noch nicht mehr gelebt.